Jetzt kommt ein Kracher für Team Vincent. Ja, das fühle ich schon. Ja. Ja, das ist ein Kracher. Das geht geil. Wir sind gut. Ja, wir sind gut. Musik Das war's. Ich bin aufgetreten, aber nicht auf so einer großen Bühne. Ich glaube, jetzt waren so ein paar Töne nicht ganz on point, aber du hast eine superschöne Stimmfarbe und eine mega rhythmik und du bist in der nächsten Runde, du bist in den Battles. Bravo! Danke! Marlene, ich entschuldige mich für Lena und für mich, wir haben uns leider nicht umgedreht. Macht nichts. Mir hat noch so ein bisschen was gefehlt, manchmal kann man das nicht so wirklich erklären, aber ich war sehr happy, als ich gesehen habe, Michi und Smudo und vor allem auch Vincent haben sich umgedreht. Wie vor allem auch Vincent. Ja, Team Valianz natürlich. Achso, okay, klar. Ich wollte jetzt auch nicht Michi und Smudo kampflos hier irgendwie einfach so ein Talent schenken, weil das Talent hast du auf jeden Fall dabei und das muss man jetzt wirklich nur in der nächsten Runde so ein bisschen an den hohen Diamanten schleifen, dass der in den Battles glänzen kann. Und ich bin sehr gespannt, mit welchem Team du gehst. Ja. Ja. Soll ich es einfach? Einfach sagen. Einfach aussagen. Also okay. Ähm, ich gehe zu... Michi und Smudo. So. Marlin, das ist unser Teamgeschenk für dich. Ein Michi und Smudo. Mit den vier Sternen. Danke. Vielen Dank, Marlin. Schön, dass du da bist. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank. Danke schön.